Jo, jetzt fahren wir gleich Blue Salamander, mal zum Marmwerden. Unteren Teil sind wir gerade schon gefahren, nach dem Transfer-Trail. Sieht ganz nice aus. Bin mal gespannt, wie der obere Teil wird. Bleibt dran, schaut es euch an. Let's fitz, sprach der Frosch. Hoppум farmers. Hoppum farmers. Im 62 % um. Gluges. Gr believe in the Studio. Untertitelung des ZDF, 2020 Erste Abfahrt natürlich, langsam rantassen Untertitelung des ZDF, 2020 Ist sie weg, die Flasche? Scheiße, Flasche verloren Fucklein, die ist scheiße Ja, das ist scheiße Hm. Oh, fuck. Scheiße. Oh, fuck. 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 doch wieder nicht getraut voll durchzuziehen ich bin auf der Biste, das ist nicht so, dass ich Yeeha! Oh my God! Ja Leute, was soll ich noch sagen, die Abfahrt war echt mega, die Strecke ist geil, super zum Warnwerden und die anderen am Flumserberg waren auch geil, aber die seht ihr dann wahrscheinlich in kommenden Videos, seid gespannt, bleibt dran, abonniert um nichts zu verpassen, aktiviert die Glocke, kommentiert und so weiter.